Es gibt wieder neue Batterien, Batteriefeuerwerke mit riesengroßen Effekten, die noch vor fünf Jahren gar nicht zu denken gewesen wären. Sehr viel Goldreden, es gibt sehr viele Soundeffekte, die neu sind in diesem Jahr. Es gibt so Brummerbatterien, Luftorgeln, ganz tolle Pfeifer und es gibt eben auch ganz besonders laute Vorwärtskörper in diesem Jahr. Das ist die Turbosolutrakete, eine Rakete, die einen oben betäubenden Pfeifaufstieg hat und am Schluss einen sehr lauten Knall auswirkt. Richtig, also meistens passiert aber deswegen, was weil die Leute die Sache nicht sachgemäß benutzen. Es gibt ja auf jedem Vorwärtskörper eine Gebrauchsanweisung und die gilt es eben halt vorher, wenn man noch nüchtern ist, zu lesen und die auch genau zu befolgen. Wenn man das genauso macht und auch genügend Abstand zu dem Vorwärtskörper hält, sollte in der Regel nichts passieren. Denn die Sachen, die wir in Deutschland verkaufen, die sind ja alle geprüft worden, sind durch mehrere Prüfinstanzen gegangen und die sind also insofern handhabungssicher. Nur man muss sich an die Gebrauchsanweisung halten. Drüren-Gerhein-Mail Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020